Einen schönen guten Mittag für euch, für euch alle. Nummer 113. Heute ist Sonntag. Sonntag, der 19. Juli 2020. Es gibt natürlich wieder Bertolt Brecht. Es ist ja Sonntag. Dann soll es auch so sein. Es fliegen drei Raben wohl über mein Haus. Sie fliegen laut kreischend, sie fliegen grad aus. Der erste, der hat eine Feder so schwarz und wenn ich sie sehe, dann zerreißt es mir das Herz. Der zweite, der hat zwei Äuglein so wild und wenn ich sie sehe, dann sehe ich ihr Bild. Der dritte, der schreit wie die Raben schreien und wenn ich ihn höre, dann bin ich allein. Es fliegen drei Raben und ich stehe still und frage mich oft, was der Rabe wohl will. Und wenn der letzte, der Raben, verschwand, dann stehe ich noch immer ganz unverwandt. Geschrieben hat es der gute Brecht mit gerade mal 23 Jahren 1921. Ich wünsche euch natürlich einen schönen Sonntag und sage bis morgen.